Привет Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Nachnamen heute. Ich bin jetzt sozusagen ein neues Projekt. Wir machen 7 days to die mit dem Pro Freak, dem Rex Pro und dem Game Freak. Hallo Leute, zu dem neuen Projekt. Hallo Leute und ich gehe jetzt auf das Witsi. Okay. Okay. Ahm, der Vorstein. Also ich wundere, wir haben uns das erst gesucht, weil wir die Story map genommen haben, weil wir schon 5 Mal probiert haben aufzunehmen, aber die Maps 3 haben immer so scheiße. Leute, da ist ein Hase im Baum. Das wird's doch immer genügend. Da ist ein Hase im Baum. Mutter Volk. Ich schlag den Hasen kaputt. Ich schlag den Schultz für eine Tür. Warte, ich hole meinen Schlauchstack. Hallo, darkness, my old rabbit. Okay, Leute. Okay. Ich brauche 2 oder 3 Steine. Wir haben das schon ein bisschen angetestet, das ist übrigens ein Survival Horror Game. Wir haben uns schon mal gegenseitig gesucht, deswegen ist es zu spät schon, 12 Uhr. Und... Und... Ja, das spät ist auch nicht. Was ist so ein Kühlschrank? Guck mal, ich suche jetzt Steine auf dem Boden. Kochtopf gleich mal, die von ihm, das ist gut. Wir haben gleich mal einen Kochtopf. Das heißt, wir suchen jetzt einfach Dinge zum überleben, Steine und so. Ja, such mal Steine und andere Sachen. Das ist schon wieder ein Zorn, oh ne, das ist einer von euch. Der Hintereingang ist der Eingang, würde ich sagen. Ja, okay. Ich habe vor allem auch oft Klagen, aber... Okay, ist egal. Machen wir beide Eingänge. Zwei Eingänge sind halt schwerer zu verteidigen als einer. Klammer auf logische. Ist das nicht logisch? Nein. Fragezeichen? Oh! Okay, ist okay. Und wir haben uns nichts überlegt, das heißt, dass es gibt keine Verabschiedung, das heißt, ich habe keinen Timer gestellt. Das heißt aber auch, es wird in Folgen eingeteilt. Ja, ja, nein. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video, wir spielen es selber, der ist total und das ist ein Survival-Horror-Spiel, was ich schon erwähnt habe. Ja, kann ich nicht. Okay. Okay. So leichte Kleidung haben wir schon mal. Nee, das will ich nicht anziehen, sonst verhitzen wir. Das ist echt hart hier. Ich stinkt. Ich stinkt. Lass mal hier die Gänge aufmachen. Ist auch sehr schön, ich muss jetzt bitte kleine Steine finden. Ja, das ist schwer. Ja. Nee, überhaupt nicht. Einfach stimmt. Stimmt. Ich bin dran. 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 Oh. 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 Okay. 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 Hey, gib mir einer von euch Holz. Gib mir einer von euch Holzfällen. Oh shit, roter Pullover! Kein Eckpullover! Okay, nein ist okay, es ist okay, es ist okay, es ist okay, es ist okay. Ich würde sagen, wir bauen dann die, wir reißen die Treppe weg und holen uns eine Leiter rein. Deswegen brauchen wir Holz, gerne gehst du mal Holz hacken? Ich würde auch gerade Holz auf der Algen gedacht. Aber ich, aber ich habe gerade einen von euch geschlagen. Aber ich würde sagen, wir machen gleich ein Lager. Machen wir da beim Hinterangang die Schlaffritze und dann machen wir die Lager oben. Feuerpfähle. Irgendwo hier müssen, hier geht es noch weiter hoch, ne, wir haben doppelt, wir haben doppelt. Dann machen wir am Dachboden das Lager. Ne, ich würde sagen, okay. Ja, Dachboden das ist ein Lagerplatz, das ist total 10. Hier ist ein Bett, ne? 4 Cent. Eine Pistole und 18 Patronen. Genfle, Genfle, Koma, Holz bitte. Wie machen wir das hier? Da ist hier noch Müll mit nichts drin und Böcher. Haus. Gut. Ja, genau. Hier hört ihr es. Ja. Aber sorry, dass das Gameplay gesagt hat. Also nicht. Egal. Ich habe einen Hut. Ey, wo geht's da hoch? Oh, da liegt eine Leiche. Oh. Ja, schlagt die weg. Das ist weg. Ist weg, dafür haben wir jetzt ganz viel Blut. Wer hat mein Schlafsack kaputt gemacht? Ich würde sagen, hier drin ist der Schlafraum. Okay, nein. Ah, da geht's hoch. Ich weiß, ich lebe mein Schlafsack jetzt schon schiefen. Oder wir ziehen alle auf den Dachboden rauf. Das ist egal. Da ist es halt auf sich ist. Oder hier im ersten Stock, dann können wir das besser verteidigen. Nein, da ist eine Leiter. Das ist eine Leiter. Das Dachboden ist eine Leiter. Ja, ich weiß, aber hier können wir ja auch eine Leiter bauen. Schau, wenn wir das hier einfach abhacken. Also im zweiten Stock. Ja, das ist die Theorie. Wir gehen einfach... Ich, wir brauchen Holz. Leute, wir brauchen Holz. Okay. Wie viel Holz habe ich? 52. 52. Ist in dem roten Schuppen eigentlich auch irgendwas drin? Ja, gibt's auch einen Oberstock. Ja, da kann ein Profi schlafen. Profi, du schläfst hier oben. Und da ist Lava. Nee, da gibt's Lampen. Da ist eine funktionierende Lampe. Die könnten wir überhaupt so. Hey, aber hier ist echt geil hier oben, ne? Ja, aber für was können wir das brauchen? Keine Ahnung. Für was braucht es? Nee, wie bleiben wir aus? Schuppen. Ja, wir bleiben... Bleiben im Haus. Kochtopf. Ich hab auch zwei. Aber ich weiß nicht. Irgendwie... Da kann man runterspringen, da findet man keinen Schaden. Papier. Okay. Wir können später dann... Wir können später dann aus den Schuppen... auch ein Haus machen. Ja. Genau, baue die Treppe weg. Jack, ey, baue die Treppe weg. Und eben in der Toilette. Es ist... Das Geile ist, irgendwo... Irgendwo hier ist ja noch ein Fluss. Da ganz... Ey, wo ist denn das Fluss? Man kennt ihn mal ja. Ich mag hier das mal hier als... Also, dass das Haus ist. Ich auch. So, Wegpunkts speichern als Burg. Und das hier ist... Weil es meine feste Wohnung ist. Das da ist unser Camp. Abbaan, Abbaan. Ich brauch trotzdem Holz. Wir sehen uns nach dem Tag wieder. Was ist die Burg? Was ist die Burg? Okay. Die Burg ist unser Zuhause. Nee, die... Die Burg sieht man extremst klein. Ja, ich brauch Holz... Für die Leiter und so. Please. Ah, da ist es. Danke. Dann baue ich nämlich schon mal Treppe. Die Äxte sind doch so schwach. Na, ich weiß. Ey, wie stellt man ein, dass man was sehen kann? Was? Eine gezahlte Wegpunkte, oder? Achso. Ja. Ich hab die Leiter falsch platziert. Ey, dann stellt mal alle ein, dass man euren Wegpunkte sehen kann. So, nee, mach einfach alle auf die Spauhaus da. Ja, aber dann kannst du den Ding, den Fluss markieren. Hat irgendwer von euch noch ne Halt? Boah, ich brauch auch so ne Axt. Ja, ich mach mir grad noch einer. Ich sollte mir auch eine machen. Sollte man eine Stein... Lass doch bitte markier mal den Fluss. Profil, geh mal Stein hacken. Stein hacken? Ja, für das braucht man eine Mine. Okay. Nein, das kannst du so auch machen. Ich hab einmal ungeschmiedetes... Ja, was du... Ich hab einmal ungeschmiedetes... Ähm... Also nochmal ungeschmiedetes... Nein, du heißt das deiner Schlauze! Du, oh was Ficke! Ja, ich hab' den Stein... Du Ficke! Ey, Ratschel markiert heute im Fluss! Der Fluss? Ja. Im Fluss? Nein! Nein! Ach, du scheiße, die Exe halten schon wenig aus. Nein! Ja, markier mal! Ich bin beschäftigt. Zuhause... Ich muss jetzt spawnen. Sonst vergewalte ich mich auch oben wieder. Halt einmal! Aha! Go Freak! Du bist mein Schwarz! Sklave! Und du bist mein Weißer! Sklave! Ratschel, machst du jetzt den Wegpunkt! Ich hab' keine Zeit! Ich muss als Sklave arbeiten hier! Sonst werde ich wieder ausgepalscht! Du, wird ausgepalscht! Ja, ich helf' mir hier mit! Was? Das ist mein Zimmer! Okay, Leute! Ich hab' mir hier mit! Mach' dich nicht! Ja! Ja! Nein! Warte, ich hab' mir... Hä? Hä? So, jetzt müssen wir da nur noch ne Leiter hochbauen! Hab' ich schon! Im Klo! Wieso? Die spornt meine Schlafsäge mal! Meiner steht noch! Nein! Ich heb' ihn mal auf! Ey, geh' mal da rein! Ins Klo und dann da rauf! Lass' ihn stehen! Ganz oben ziehen wir jetzt hier, oder? Ne! Ganz... Ganz oben ist ähm... Lager, haben wir gesagt! Ich würd' sagen... Da kommt Stachel her! Und den Sekt! Und dann... Dann zieh' ich in den Raum her! Leitern! 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 Ja, aber das geht sich nicht aus! Eine... Eine... Wir müssen hochziehen! Mh-mh! Ach! Du sagst keine Schuppen ziehen, wenn du dagegen bist! Nee, du kannst du die Schuppen ziehen! Nein, ich hab' das gefunden! Wir sind alle dafür, dass wir oben unser Lager machen! Nein! Ja, ich hab' dir auch nichts dagegen! Dann... Ist das ebenso! Oh! Oh! Hey, Game Freak! Das ist so robust zu meiner... Äh... Äh... Was war das? Was war das denn? Wie ladet man nach? Was? Kannst du... Ich auch nicht! Es sichere einfach... Ich hab' dir auch mal! Vielen Dank.